Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heuchelah und schon wieder für euch in Battle for Assert unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es wieder um einen Mount, was wir aus Patch 8.3 erhalten können, und zwar um diesen mehr oder minder hübschen Geier, den ihr hier seht. Und der schimpft sich Wüstenmaradeur. Und diesen Wüstenmaradeur bekommen wir von einem Rare Mob. Und zwar schimpft sich dieser Rare Mob Fäulnisverschlinger. Und wo befindet sich dieser? Wir sind hier einmal in Uldum und dann hier unten auf den Koordinaten 67, 32. Und dort hier in dem Geierlager spawnt quasi der Fäulnisverschlinger. Dieser hat etwa eine Respawn-Rate von einer halben Stunde, würde ich jetzt etwa sagen. Ich habe den jetzt mit 20 Chars gecampt, hatte dann mal einen Mount gehabt. Leider sind auf WBW noch nicht die Prozentzahlen raus, wie hoch die Drop-Chance ist. Ich vermute, irgendwas zwischen 1 und 5 Prozent hat der eine Drop-Chance relativ niedrig. Was ich euch noch auf den Weg geben kann, es gibt ja hier in Uldum oder beziehungsweise auch im Tal verschiedene Invasionen. Und jetzt ist gerade diese Amantet-Invasion quasi am Start. Und dort ist er auf jeden Fall da. Ich vermute, dass er vielleicht, wenn die anderen Invasionen sind, nicht da ist. Das müssen wir mal noch gucken. Das heißt, ihr habt noch ein paar Tage, diese Invasionen hier mitzunehmen und dann dementsprechend auch das Mount zu farmen. Das Ganze hat eine Daily-ID, also ihr könnt ihn jeden Tag einmal mit einem Twink oder auch mit einem Main umhauen und habt eine Chance auf das Mount. Ich habe einige Chars-Hits hier einfach abgestellt. Wie gesagt, 20 Mal habe ich ihn umgeboxt, dann hatte ich meinen Mount. Muss ich sagen, wahrscheinlich hatte ich sogar relativ viel Glück. Ich vermute, wie gesagt, es hat etwa eine einprozentige Drop-Chance. So ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachfarmen. Ich hoffe, der eine oder andere hat genauso viel Glück wie ich und kriegt sein Mount einigermaßen zügig. Ich verabschiede mich an der Stelle. Wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben dalassen. Und wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, könnt ihr mich sehr gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.